Hi Freunde, Florian Homm spricht es deutlich aus, verlasst Deutschland so schnell ihr könnt. Florian Homm hat dazu ein Video gemacht und er spricht wichtige Punkte an, die man beachten sollte, wenn man auswandert. Natürlich hat er nicht jedes einzelne Land angesprochen, aber es könnte dennoch hilfreich sein. Deswegen habe ich für euch die wichtigen Dinge herausgenommen. Fangen wir gleich damit an, los geht's. Warum eigentlich? Warum haben so viele die Faxen dick? Warum hauen aus diesem Land pro Jahr mittlerweile eine Viertelmillionen Leistungsträger ab, über eine Million seit dem Beginn der Corona-Geschichte? Weil wir auf eine unvermeidbare Enteignungs- und Steuer- und Abgabenwelle zu, auf die schwimmen wir förmlich zu, die wird uns verschlucken und ertrinken. Ja Freunde, und genau das sehen immer mehr und verlassen Deutschland und wandern in verschiedene Länder aus, da es Deutschland am härtesten treffen wird. Man sieht ja jetzt schon, was man alles für Abgaben in Deutschland hat, was man alles bezahlen muss und was noch in Planung ist. Und wenn auch ihr sagt, es reicht euch und ihr wollt auch nach Südungarn wie ich auswandern, dann schreibt es unten einfach mal in die Kommentare rein. Lasst ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Wo befinden wir uns denn? Wir befinden uns im Loser-Kontinent. Ja, von allen Kontinenten, mit denen wir uns analytisch beschäftigen, ist Europa der absolute Loser-Kontinent. Es ist ja auch ein Kriegskontinent. Und wir sind das Verliererland in einem Loser-Kontinent. Und wir haben eine Einwanderungsschockwelle und einen stellvertretenden Krieg-Kostenapparat. Andere Analysten schätzen den jetzt mittlerweile auf 300 Milliarden. Wir schätzen diese Summe auf 200 Milliarden, inklusive das Sondervermögen, den Schuldenberg der Bundeswehr. Tom spricht es aus. Europa geht immer mehr den Bach runter und besonders Deutschland. Und da ist es wichtig, dass man immer mehr Deals macht, zum Beispiel mit Asien und anderen. Und das macht zum Beispiel Ungarn und Deutschland nicht. Wir gelten immer so als die strikten Schuldenbremser. Stimmt nicht. Professor Sinn und Benjamin Mutlak haben das sehr gut dargestellt in ihren Ausarbeitungen und Büchern. Ja, wir sind mit 400% zur Wirtschaftsleistung verschuldet. Wenn man sauber rechnet wie eine Unternehmung, die sauber bilanziert. Und wenn sie nicht sauber bilanziert, landet leider der Finanzvorstand oder der Vorstand im Knast. Und genau so ist es. Nicht alle Staatsschulden werden ja aufgezeigt. Also zum Beispiel, was man in den nächsten Jahren den Rentnern bezahlen muss, da es ja immer weniger Einzahler gibt. Also entweder diejenigen, die nicht mehr arbeiten gehen oder diejenigen, die ausgewandert sind. Und das rechnet man einfach gar nicht mit rein. Oder was für die Migration zum Beispiel in den nächsten Jahren auch noch anfällt. Auch das rechnet man nicht rein. Und die Friedenszulage. Wir haben noch so oft schon Kriegsanleihen gehabt. Die Friedensanlage muss kommen. Man kann nicht gleichzeitig 200 Milliarden direkt indirekt in einem Konflikt verballern und meinen, dass diese Rechnung nicht bezahlt wird. Die Schuldenbremse ist eine reine Ideologie. Man hat jetzt einen Haushaltsbeschluss gefunden. Da sind die weislichen Fragen, wie das alles bezahlt werden soll, nicht geklärt aus meiner Sicht. Das ist so ein Aufschub einer chaotischen Situation. Und auch hier hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Das muss alles von irgendjemand bezahlt werden. Und das weiß eigentlich doch jeder, wenn er ein bisschen nachdenkt. Und auch hier macht Ungarn nicht mit und schmeißt das Geld auch nicht aus dem Fenster raus. Eine auch mal diverse Klimazonen. Wart ihr schon mal länger in den Emiraten? Ihr seht ja sechs, acht Monate keine Wolke. Das ist ja ganz cool. Aber in dem ganzen Land gibt es nichts wirklich historisch-kulturell Interessantes in einer gewissen Bedeutung. Da gibt es ein Wahid, da fliegt so ein bisschen Wasser durch. Ich finde Länder wichtig, die eine eigene Nahrungsmittel- und Energieversorgung haben. Solche Länder sind nämlich nicht so leicht erpressbar. Gut erreichbar, vernünftige Lebenshaltungskosten. Ja, man muss auch mit dem Klima klarkommen. Und wenn man dort nur eine Woche oder so ist, in solchen tropischen Regionen, dann kann man das nicht einfach mal so abschätzen. Und mit der Energie- und Lebensmittelversorgung, da hat er natürlich auch recht. Und die Lebenskosten sind extrem wichtig. Ungarn kann auch nicht das ganze Land mit Energie abdecken, hat aber dafür mehrere Partner. Also nicht nur ein Partner, dass man nicht von einem abhängig ist. Wenn der mal abspringt, hat man keinen und so hat man mehrere. Aber Lebensmittel hat man und auch die Lebenskosten sind in Ungarn geringer als woanders. Infrastruktur und Bevölkerung, das muss stimmen. Möchte ich wirklich in einem Land zu einer absoluten Minderheit gehören, die eine Art Fremdkörper in diesem Land ist? Eher nicht. Wie ist die Arbeitslosenquote? Gibt es gute Straßen? Vernünftige Flughäfen? Ist da gesunder Wirtschaftswachstum? Die Wirtschaft wächst im Gegensatz zum gesamten EU-Vergleich in Ungarn an. Die Straßen sind natürlich nicht überall perfekt, aber auch diese werden jetzt schon saniert. Wenn man sich normal gibt, dann wird man auch sehr gut hier empfangen. Für mich ist es wichtig, dass ich in einem Land bin für der Neidfaktor. Wir sind ja, ich glaube, die Neidweltmeister. Wir sind auch die Weltangst- und Weltschmerz-Champions. Das brauche ich auch nicht. Und ich brauche keinen bezahlbaren Personenschutz. Ja, der Neid in Deutschland ist natürlich extrem. Wenn einer irgendwas hat, dann ist gleich der nächste neidisch darauf. Hier in Ungarn gibt es nicht so viele Neider. Die Schweiz ist gespalten zwischen Bern, der Hauptstadt, den großen Städten Zürich und Genf und der kantonalen ländlicheren Bevölkerung. Da ist krasser Dissens. Die Schweiz hat tatsächlich ein Migrationsproblem. Und die machen sehr schnell die Schotten dicht, wenn es hier abgeht. Da ist nicht jeder erwünscht. Am nächsten sollten wir das Geld an der Grenze abgeben und uns wieder verpissen. Mit der Schweiz, das kann ich bestätigen. Ich war selber sieben Jahre dort. Und man ist dort von vielen nicht erwünscht. Mittlerosten, Norden, Südafrika. Südafrika, Nabi, Bavit auf der Wien, Südafrika, ist ein Kriminalitätsrisiko. Man kann sich abschotten in einem reichen Ghetto mit Bodyguards rumfahren. Das weiß natürlich eigentlich jeder. Man ist dort einfach nicht frei. Und in einem Resort zu wohnen oder woanders mit Personenschutz, darauf hat man doch keine Lust, wenn man in Freiheit leben möchte. Costa Rica wird oft erwähnt. Alright, stimmt. Aber wenn ihr in den Lebensmittelladen geht, dann werdet ihr ungefähr 50% mehr zahlen bei unserem Rewe oder 100%. Das müsst ihr euch echt drauf einstellen. Stromkosten an der Küste, da sind unsere Stromkosten, wir sind Weltmeister. Die sind Universal-Universums-Weltmeister. Das haut um. In einem Zwei-Zimmer-Apartment kann deine Stromrechnung im Sommer, in den tropischen Sommer, auch im Winter, das ja immer heiß, tatsächlich 500 bis 1000 Dollar betragen pro Monat. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich selber auch gar nicht gewusst, dass Costa Rica so teuer ist. Besonders auch mit den Stromkosten. Einfach der Wahnsinn. In Spanien wurde ein Gesetz durchgezogen. Das bedeutet, dass ein freistehendes Haus okkupiert werden kann und sie kriegen die Leute nicht mehr aus diesem Haus raus. Das zeigt richtig sozialistische Tendenzen. Unattraktiv. Griechenland hatte keine Eier und hat seinen ganzen Staat an den Westen verkauft, anstatt sich wie Island mit dem Thema zu beschäftigen, dass die Leute, die dort fehlinvestiert haben, nicht gerettet werden müssen. Da viele auch nach Spanien wollen, sollten sie sich das hier überlegen, wenn sie das hier hören. Inseln gehen gar nicht. Das wissen politische Flüchtlinge im Exil und das wissen organisierte Typen auch. Von der Insel kommt man schlecht runter. Malta, Zypern, Irland, Mallorca, Madeira. Eine große Insel ist auch Australien. Träumt weiter, wenn er meint, dass er die Freiheit findet. Es geht auch um Freiheit, es geht um gutes Wetter, es geht um Lebensfreude, es geht um Bewegung, es geht um eine Kultur. Genau, bei einer Insel sollte man das hier alles natürlich bedenken, was er sagt. Kultur, Freiheit, Wetter und die liebenswerten Menschen waren mir persönlich sehr wichtig und deswegen bin ich nach Ungarn gegangen. Hier kann man das alles noch erleben. Hier sind die Menschen noch völlig normal, hilfsbereit, freundlich und wie gesagt, hier wird auch noch auf Kultur und Tradition gesetzt. In Italien gibt es momentan richtige geile Steuernreize. Fünf Jahre steuerfrei, wenn er nach Italien geht und richtig Kohle mitbringt. Und was ist im fünften Jahr? Das ist mit indirekten Steuern und Portugal macht dieselbe Hausnummer. Das bedenken auch sehr wenige. Man hört erst mal geil, fünf Jahre steuerfrei. Meistens gibt es, wie Hom schon sagt, indirekte Steuern und außerdem, selbst wenn nicht, was ist nach den fünf Jahren? Nachher gibt es hohe Steuern und dann wollt ihr wieder weitergehen? Viele sagen Asien, Thailand und andere Länder in Südostasien. Das passt eigentlich ganz gut. Habt ihr mal mit einem Vermögen gesprochen, der sich dort einnistet und eine Frau sich als Partnerin nimmt? Du bist eine Bezahlkuh, du bist ein goldener Esel. Da laufen ganze Generationen Familien hinter dir her. Im asiatischen Raum ist es schwierig. Und ja, viele bedenken gar nicht, dass sie für die ganze Familie dann sorgen müssen und in einigen Ländern dort kann man als Ausländer nicht mal ein Haus kaufen. Für mich wäre das überhaupt gar nicht. Ganz wichtig ist, besucht das Land doch erst mal. Das kann ja sein, was ich immer wieder erlebt habe von den Deutschen, die ins Ausland gezogen sind, die meinen, dass die Leute pünktlich sind. Die Mentalität. Ihr könnt nicht ins Ausland ziehen und meinen, dass ihr mit euren deutschen Mentalität da Akkuladen abgefeiert werdet. Das ist auch eine hohe Anpassungsbereitschaft. Das empfehle ich auch jedem. Erstmal sollte man sich das Land anschauen beziehungsweise das Gebiet in dem Land, wo man hin möchte. Und die Mentalität ist nun mal nicht gleich. Das sollte aber eigentlich jeder wissen. In Ungarn wird auch anders damit umgegangen. Es gibt aber schon einige, die auf die Pünktlichkeit beachten. Die Mentalität einiger Deutscher will man hier aber in Ungarn nicht und ich persönlich möchte die auch nicht. Man muss sich schon ein wenig anpassen und nicht den Ungarn versuchen, irgendwas vorzuschreiben oder rumzumalen oder sonst irgendwas. Ja Freunde, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache hier seht. Folgt mir noch auf Getter, Telegram und X. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Patrick. Ciao, ciao.